Kein Ton. Dass die Drohungen der Nazis keine Lehren waren. Dass sie meinten, was sie sagten. Wir mussten etwas tun. Wir durften nicht schweigen. Aber wir wussten auch, es kann uns den Kopf kosten. Ja, wir spielen Through the Darkest of Times. Liebe Menschen. Wir nehmen die Rolle der Widerstandsbewegung um das Jahr 1933 an. Wo Adolf Hitler die Machtergreifung gemacht hat. Wenn ich das nicht... Ich hoffe, ich habe das einigermaßen auf dem Schirm. Und jetzt muss ich uns noch mal hier sichtbar machen. Hallöchen. Da sind wir auch schon wieder. Und gebt mir mal eine Rückmeldung. Es hat nicht so geklappt. Jetzt hat es geklappt. Ich bin total blind, was das angeht. Ich habe ein bisschen was darüber gelesen. Und ja, es gab eine Ausnahmegenehmigung für Hakenkreuze. Für dieses Ding. Aber mittlerweile hat sich die Rechtsprechung, was Symbole, also auch was vom Gesetzgeber verbotene Symbole der NS-Zeit angeht, für Computerspiele auch in Deutschland ein klein wenig gelockert, wenn sich das in einer kritischen Auseinandersetzung befindet. Da ist nicht Through the Darkest of Times mittlerweile das Einzige, sondern es gibt auch einige andere Spiele, die tatsächlich Nazosymboliken zeigen dürfen in Deutschland. Aber die waren auf jeden Fall Vorreiter. Das Spiel ist ungefähr ein Jahr alt, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich bin total gespannt. Also ich habe halt nur einmal ganz kurz reingeguckt, um zu gucken, dass unsere Kameras vernünftig sitzen und wir euch nichts verdecken. Aber wir wollen hier mal schauen, wie das ist. Und ich hoffe, Horstie, du bist nicht enttäuscht, weil du hast vor zwei Streams oder so mal gesagt, du hast da mal reingeguckt. Aber ich freue mich auch total, mit euch zusammen das zu spielen, aber vor allem auch mit dir, Romy. Andere Seite sitzt du jetzt. Hallo. Stimmt, jetzt ist es jetzt nicht mehr so, sondern, warte, ich muss mal ganz kurz parallel gucken, auf welcher Seite du bist. Andere Seite. Andere Seite. Naja, ich übe das noch. Rechts ging es. Ich bin auch, um mal zum Spiel zurückzukommen, ich bin auch so ein bisschen aufgeregt. Ich habe am Anfang mich nicht gesträubt, das will ich nicht sagen, aber ich war unsicher, inwieweit wir diese Themen auch inhaltlich beleuchten können oder ich inhaltlich beleuchten kann, weil ich glaube, dass es wichtig ist, da an der einen oder anderen Stelle ein bisschen auch tatsächlich sensibel zu sein und da ich nicht in das Spiel reingeguckt habe, ist es für mich wie möglicherweise für euch auch ein Sprung ins kalte Wasser. Allerdings habe ich gemerkt, dass als wir For the People gespielt haben, hat es immer wieder dazu geführt, dass wir in ganz spannende Dialoge miteinander gekommen sind und sowohl wir, also du André und ich, als auch diejenigen, die das Spiel schon mitgeguckt haben und im Chat mit dabei waren und die Macher des Spiels haben, wenn ich mich recht entsinne, also die haben glaube ich auch einen Entwicklerpreis bekommen letztes Jahr und die haben auch gesagt, dass es schon auch das Aufkommen der Trump-Regierung in den USA einer der Auslöser war, dieses Spiel an den Start zu bringen. Und ich finde es total spannend, dass wir das jetzt zusammen machen und hoffe, dass wir trotz des Themas irgendwie dennoch ein bisschen Spaß haben und freue mich darauf, das mit euch zusammenzuspielen und mit dir. Bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Wie gesagt, ich habe nur geguckt, dass die Kameras richtig sitzen. Ich habe mich versucht, vollständig blind zu halten, was die Inhalte angeht. Also, neues Spiel. Okay. Jeder Schritt sollte bedacht werden, da Polizei und Gestapo schnell alarmiert sind. Die Gruppe ist stets am Rande der Auflösung. Es gibt nur einen Speicherstand. Damit sind wir im Widerstand. Oder erlebe die Geschichte des Spiels. ist das Spiel verzeiht mehr und die Anzahl der Speicherstände ist nicht limitiert als Erzählung. Also, quasi, wir können hier speichern und Dinge ausprobieren und hier ist, jeden Schritt sollte ordentlich bedacht werden. Ich denke, also, ich bin ganz stark hier. Romy, was sagst du? Könnten wir ich würde fast auch noch mal in den Chat geben? Was sagt ihr? In welche Richtung würdet ihr eher tendieren? Eher in die Richtung Widerstand oder in die Richtung Erzählung? Übrigens steigt bei mir das Spiel ab und zu mal aus. Ich sehe jetzt gerade wieder deinen unglaublich süßen Hund. Ja, das liegt daran, sobald ich hier Dinge bediene, geht das aus dem minimiert sich das Spiel leider. Das ist halt so ein bisschen, wenn ich auf andere Dinge klicke, dann siehst du immer kurz meinen Desktop, wo mein niedlicher Hund ist. Ist ein schönes Bild, ist total gut. Ja, genau, ich kann mal einen toll machen. So, liebe Menschen im Chat, was sagt ihr? Oh, ja. Übrigens immer, wenn ich unkontrolliert anfange zu grinsen und so ein bisschen bezuckert gucke, sehe ich diesen Hund. Das hat nichts mit dem Spiel zu tun. Ich schreibe mal Widerstand, Iron Man. Iron Man ist so in der Spielewelt die Sache, dass man immer nur einen Speicherstand hat und nicht wieder laden kann, um eine Entscheidung zu revidieren. Also, Umfrage beginnen. Ihr solltet im Chat eigentlich jetzt eine Umfrage sehen. Hoffe ich. Ich finde übrigens auch jetzt schon spannende Punkte im Chat. The Real Panzer sagt so, ja klar, wenn wir über mehrere Streams spielen, wäre es günstig, auch Speicherstände zu haben. Irgendwie ergibt sich mir das. Klar. Ob das Thema Geplänke verbietet? Ja, das Thema gebietet ist, dass wir keinen Quatsch damit machen. Lass es mich mal so formulieren. Allerdings müssen wir jetzt fairerweise sagen, dass wir uns nachts um jetzt gerade halb elf oder sonst abends treffen und miteinander im Austausch sind. Ich glaube, es wäre schade, wenn wir uns es nehmen würden, ab und zu auch mal zu lachen. Ich finde es wäre schade. Ja, aber ich würde nicht fangsläufig sagen, dass solche Sachen ernsthafter sind. Also, ich habe festgestellt, dass um einfach auch nochmal einen Kontext zu geben. Ich mag diese Geschichten mit dem solche Sachen wie hier Widerstand. Also, Ironman ist, dass man quasi immer nur ein Savegame hat und nicht speichern, was ausprobieren, zurückgehen und dann die andere Entscheidung machen, wenn das halt blöd gelaufen ist. Weil es halt der Sache tatsächlich, also dem Fluss, weil man nochmal ganz anders darüber nachdenkt. Ich glaube nicht, dass wir uns zwangsläufig darauf versteifen müssen, dass wir Widerstand machen würden. Wenn ich es alleine spiele, würde ich das, glaube ich, machen, damit ich mich dazu zwinge, über jedes genau nachzudenken. Ich bin mit beiden Sachen einverstanden, was das angeht. Und die Umfrage im Chat war, drei haben Widerstand abgestimmt und eine Person hat Erzählung abgestimmt. Na dann. Ja. Okay, dann machen wir den Widerstand. Ähm. Okay, jetzt geht es darum, wer wir sind. Hubert Müller, 26, Schneider, christlich-liberaler. Achso, wir können, ah, wir können hier, komm, ich würfel nochmal. Hanna Müller. Okay, sie hat keinen Bart. Das hier ist dann zufällig. Ich würde mal sagen, ähm, wollen wir sie nehmen, äh, Romy, oder nochmal würfeln, bis uns das hier gefällt und dann passen wir das Aussehen an. Ich würde gerne nochmal würfeln, wenn wir das Aussehen anpassen, befürchte ich, weil wir uns ja gleich international-sozialistischen Ideologie befinden, dass wir da sogar nochmal aufpassen sollten, was wie, also ich würde es würfeln und, äh, auch die, die Optik so lassen, wie es uns vorgegeben ist. Okay, Konrad Hoffmann, arbeitsloser Kommunist, nochmal würfeln oder nicht? Ja, komm, einmal noch. Arthur Kuhn, 30, Diener, Anarchist. Horstie schreibt auch gerade im Chat, Beruf und politische Einstellungen haben einen Einfluss im Spiel. Das ist also jetzt, wir wissen nicht, wie sich das, also wir wissen jetzt gerade nicht, wie sich das auswirkt, da hat Horstie schon deutlich mehr Einblick. Wollen wir eine Person nehmen, die einem von uns ähnelt oder jemanden ganz anderes? Weil ich glaube, Anarchisten sind wir beide nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Das würde mir wahrscheinlich auch einfach schwer fallen. Da würde ich nochmal würfeln. Hubert Thun, Offizier, christlich-liberaler. Puh. Komm nochmal. Karin Schmid, Schauspielerin National-Konservative. Schon interessant. Also das stelle ich mir auch interessant vor, auch aus unterschiedlichen Gründen. Das Spiel lädt uns auf jeden Fall ein, irgendwann es nochmal mit anderen Personas zu spielen. Auf jeden Fall. Ich würde, ich tendiere jetzt Wir können ja die Frage mal mal anstellen. Ja? Nee, sag du, wozu tendierst du? Sie zu nehmen. Karin Schmid. Dann lass uns sie nehmen. Wir schweigen nicht. Wir sind euer böses Gewissen. Wir lassen euch keine Ruhe. Okay. Kapitel 1. Die Machtergreifung. Haltet das Regime auf. Am 30. Januar 1933 ernannte Präsident Paul von Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler. Noch in derselben Nacht trafen sich drei Freunde im Hinterzimmer einer Berliner Gaststätte und beschlossen, dem Widerstand zu leisten, was nun drohte. Überall in Deutschland entschieden sich ganz normale Menschen, Freunde und Familien, ihr Leben zu riskieren, um anderen zu helfen und ein unmenschliches Regime zu bekämpfen. Dies sind ihre Geschichten. Okay. Volkszeitung Hitler ist Reichskanzler, Tageblatt Zentrum spricht mit Hitler. Ich lese auch mal diese Sachen vor, ja. Die konservative Zentrumspartei lotet die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit aus. Nach den Wahlergebnissen wäre eine rechtskonservative Koalition unter Führung von Hitler möglich. Zentrum will Ministerposten besetzen. Bis jetzt keine Antwort von Hitler. Reichspräsident Paul von Hindenburg ernennt Adolf Hitler zum Reichskanzler. Linke und Liberale sind am Boden zerstört. Die NSDAP feiert. Hitler schwört auf Recht und Verfassung und dem Wohle aller Deutschen zu dienen. Rundschau SA marschiert durch Berlin. Zehntausende SA-Braunhemden hielten sich bereit und marschierten nach Hitlers Aufruf mit Fackeln und Fahnen durchs Brandenburger Tor. 1. Februar 1933 Als ich in unserem Versteck eintreffe sagte Hans Esser gerade Hitler diesen Wahnsinnigen das das ist eine Katastrophe wie konnte Hindenburg bloß diesem Hetzer zum Reichskanzler machen? War das nicht klar oder wie reagieren wir darauf? Danke Horstie für den Kontext. Nationalkonservative. Ja. Danke Horstie für den Kontext. Wichtig dazu die NSDAP hatte im Januar 1933 keine absolute Mehrheit sie brauchte die Zentrumspartei. Und vielleicht der zweite Teil des Kontextes der dazu passt Hitler ist gewählt worden. Also es war eine demokratische Entscheidung die dazu geführt hat dass die junge Demokratie kaputt gegangen ist was wiederum ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Woche Dienstagspolitik im Sinne wo es um die wehrhafte Demokratie ging und ein Element der wehrhaften Demokratie ist dass beispielsweise die Artikel 21 um die es letzte Woche auch ging geschützt sind durch die sogenannte Ewigkeitsklausel Artikel 79 3 also die kannst du nicht einfach aushebeln und das ist eine der Lehren aus dieser demokratischen Wahl die dazu führte dass die Weimarer Republik zwar weiter existierte auf dem Papier auch als Demokratie weiter existierte eine ganze Zeit auf dem Papier aber eben faktisch keine Wahl also Hans Esser Oskar Jansen sind anscheinend unsere Freunde die mit im Widerstand sind ja was antworten wir sollen wir in ihre Rolle schlüpfen als Nationalkonservative oder nach unseren Ermessen ich würde aus unserem Ermessen heraus entscheiden was jetzt nicht unbedingt bedeutet dass wir nicht uns überlegen können was sie als Nationalkonservative dazu gesagt hätte und dieses war das nicht klar glaube ich war dem einen oder anderen eben nicht klar von daher bin ich eher für wie reagieren wir darauf ja ich auch das ist alles schrecklich aber die eigentliche Frage ist was unternehmen wir dagegen willst du die andere lesen wir brauchen eine mach ich ich wollte direkt anfangen wir brauchen eine spektakuläre Aktion es muss so laut knallen dass die Leute davon aufwachen und zwar jetzt wo es zu spät ist so weit sind wir noch nicht kontert Hans Esser was fehlt noch wir haben keine Zeit was fehlt noch ja möchte den Einwand nicht einfach abtun ja was fehlt uns denn bevor wir Aufmerksamkeit erregen müssen wir uns müssen uns mehr Menschen unterstützen die Nazis warten doch nur darauf dass Leute wie wir einen Fehler machen und sie uns dann verhaften können ich glaube dann dann lass deinen Bauch entscheiden das höre ich gut okay ich wollte es auf jeden Fall erstmal mal hören aber die werden sollten uns die Leute unterstützen wenn wir uns nur verstecken wenn wir handeln werden sie schon kommen sage ich was bedeutet was bedeutet das nun für uns was ist momentan am wichtigsten fragt Oskar wir haben drei Optionen den Verfolgten zu helfen die Menschen aufzuklären das Regime zu bekämpfen also bei dem bei dem Regime bekämpfen da würde ich nochmal oben hingucken so dieses drei Leute gegen den ganzen Staatsapparat das gleiche gilt bei die Menschen aufklären insofern wäre ich eher bei den Verfolgten zu helfen denen würde ich auch auf jeden Fall folgen also den Verfolgten zu helfen die Menschen die verfolgt werden brauchen jetzt unsere Hilfe sage ich Ende der Szene Moral plus fünf Spiel gespeichert okay äh so Zeitung können wir lesen ne okay die hatten wir schon gerade am Anfang also du Aktion planen Oskar dann würde ich sagen sprechen wir erstmal mit den Menschen oder ja also achso wenn ich da drauf klicke passiert nichts ja die einzige Möglichkeit ist dass wir eine Aktion planen oha oha hinburg ist ein guter Mann und ein Kriegsheld aber diesmal liegt er falsch dieser Hitler ist nicht gut für uns 1. Februar 1933 ähm was haben wir denn hier also hier sind unbekannte Aktionen also alles mit Fragezeichen diese Dinge hier haben wir unser Hauptquartier geheime Ort an dem wir unsere regelmäßigen Treffen abhalten dann mit Arbeitern sprechen benötigte Fähigkeiten Risiko sehr niedrig Dauer in Wochen eine Mitglieder benötigt 1 bis 3 das sorgt für mehr Mitglieder dann Spenden sammeln in Kreuzberg benötigte Fähigkeiten Risiko sehr niedrig Dauer in Wochen eine Mitglieder benötigt 1 bis 3 mehr Geld und ein neues Mitglied rekrutieren benötigte Fähigkeiten 2 Risiko also Symbole benötigte Risiko sehr niedrig Dauer in Wochen eine Mitglieder benötigt 1 bis 3 also wir können zwischen den dreien hier entscheiden also mit Arbeitern sprechen Spenden sammeln in Kreuzberg oder ein neues Mitglied rekrutieren wir haben 5 Unterstützer von 20 und hier haben wir Inventar wir haben ein Fahrrad wir haben 50 Mark so wie es aussieht wir haben Informationen wertvolle Informationen über die Nazis und ihre Verbrechen ok ah ok das hier können wir an irgendeiner Stelle benutzen Kontakte haben wir noch keine Puh na ich glaube also ich wäre bei bei Geld sammeln weil wenn wir die Verfolgten unterstützen wollen müssen wir irgendwie gucken dass wir eine Infrastruktur herstellen um Leute entweder aus der Stadt zu bekommen sie in Sicherheit zu bekommen naja aber wir wollen ja auch ganze Familien unterstützen das stimmt ja ah hier unten sehen wir die verschiedenen äh die verschiedenen äh Sachen also wenn ich mal über äh Schauspielerin ähm Geheimhaltung 4 Empathie 2 Propaganda 3 Stärke 1 Allgemeinwissen 2 ähm achso das steht hier unten auch Geheimhaltung Empathie und Propaganda 4 2 3 da 2 2 4 bei Stärke und ja hier stehen dann immer die wo sie wirklich gut drin sind also Stärke 4 Allgemeinwissen 3 Empathie 4 und Geheimhaltung 3 das heißt wir brauchen hier brauchen wir Empathie und Propaganda das hätten wir hier brauchen wir Empathie und Propaganda hätten wir auch und hier brauchen wir Geheimhaltung und Empathie hätten wir auch also was für mich gerade noch für so ein äh gegen ein neues gegen neue Mitglieder spricht ist dass wir ja möglichst lange geheim arbeiten wollen um effektiv zu sein und je mehr Leute daran beteiligt sind desto höher natürlich die Gefahr dass es schief geht insofern wäre bleib also bin ich immer noch bei Finanzierung dann mit Arbeitern sprechen und dann Mitglied rekrutieren das wäre gerade so in meinem Kopf die Reihenfolge es kann aber auch Quatsch sein ja ich weiß auch nicht ob wir nur eins davon machen können aber wir werden das erfahren also ich kann dem durchaus folgen lass uns Spenden sammeln so Spenden sammeln im Kreuzberg unsere Unterstützer unter den Arbeitern im Kreuzberg könnten willend sein uns mit Spenden zu helfen so wir ah wir brauchen wir müssen hier ähm quasi jemanden hineinstecken jemanden mit Empathie und mit Propaganda ähm Propaganda 3 Empathie 2 dann wahrscheinlich Karin hm ist jetzt ja egal und wir könnten dann halt ein Fahrrad dazu machen das die Gefahr runtersetzt Informationen macht nichts besser achso Vorbereitung äh wie gut sind wir auf diese Aktion vorbereitet mehrere Mitglieder oder Gegenstände können helfen Gefahr wie hoch ist die Gefahr je nachdem wer an der Aktion teilnimmt und was wir mitnehmen kann sich dies ändern okay hilfreich kommunisten anarchisten die Zeilen die Zeilen wo runterlesen unter der Gefahr das was ich gerade gemacht habe nehme ich an ansonsten korrigiere mich gerne ähm ja okay ja mit hilfreich und schädlich ähm da ist jetzt die Frage wollen wir hier ich sag jetzt mal äh der hat äh Empathie und Propaganda 2 er hier hat Empathie 4 und Propaganda 1 wir können es ja mal ausprobieren wie sich dann Vorbereitung ist dann super und wir könnten da ein Fahrrad mit drauf tun er hat Geheimhaltung und Empathie das wäre vielleicht was für was anderes sehr sehr gut also die andere Aktion wäre eventuell ganz gut genau dafür ja das können wir auch machen also ich äh bin gerade auch noch so ein bisschen das muss ich ganz ehrlich sagen noch so ein bisschen geflaggt und muss mich gerade auch hier erstmal kurz zurechtfinden okay ja also ähm genau wir müssen Personen zuordnen wir haben Inventar ähm was wir mitnehmen können ähm hilfreich sind bestimmte Ausrichtungen ähm also Kommunisten Anarchisten Sozialdemokraten Arbeiter oder Idealisten ähm sie ist national konservative das hilft das heißt das hilft zwangsläufig nicht moderater liberaler und national konservativer aber wenn wir die beiden einsetzen dann oh national konservative ist schädlich dann lass uns sie da rausnehmen er ist moderater liberaler und sie also du meinst sie rausnehmen die gefahr ist dann deutlich geringer aber er ist auch nicht so gut vorbereitet achso die gefahr ist geringer wegen dem Fahrrad oh okay wenn wir ihn noch mit dabei nehmen ah er ist auch er ist auch national konservativer okay dann fangen wir vielleicht auch mit was anderem an wir könnten auch ähm mit Arbeitern sprechen da könnte es uns helfen dass wir ähm Informationen über das Regime haben das hilft uns tatsächlich hier auch gibt uns ein bisschen gefahr aber auch vorbereitung aber die beiden sind halt beide national konservativ und das ist dafür nicht gut nein wir können wie gesagt auch andersrum aufziehen dass wir erst mit Arbeitern reden dann versuchen wir noch jemanden zu rekrutieren aus dem Arbeiterkreis und gucken dann das geht auch mit Arbeitern sprechen Gesine Schuldheiß eine Arbeiterin und Unterstützerin der Gruppe möchte uns einige ihrer Kolleginnen vorstellen Kollegen vorstellen das ist Level 2 die Gefahr ist da schon ein bisschen höher was ist hier Arbeiterin idealistisch und inspirierend hilft Akademikerin freiberuflich und Angestellte sind schädlich okay die Gefahr ist hier recht hoch wenn wir da ein Fahrrad mit beigeben ist schon ein bisschen höher bringt sechs bis acht Unterstützer innen okay ermöglicht viele Dinge also das ist auch echt komplex so wie ich das jetzt gerade sehe das ist ja auch schon Level 2 ja okay dann lass uns mal das dritte noch einmal anschauen und dann entscheiden wir ja dann kriegen wir vielleicht auch so ein Gefühl ein neues Mitglied rekrutieren wir müssen vertrauenswürdige Leute finden die bereit sind sich uns anzuschließen doch wir müssen aufpassen dass unsere Gruppe nicht verraten wird ein neues Mitglied rekrutieren wir brauchen Geheimhaltung und Empathie Entschuldigung wir brauchen auf jeden Fall Geld das ist schon vorher eingebaut Kosten ah ja okay die sind fest 20 Mark und wir haben hier Geheimhaltung 3 Empathie 4 wenn wir dem auch noch ein Fahrrad mitgeben sind wir okay vorbereitet und okay Karin hat halt auch viel Geheimhaltung und etwas Empathie bräuchten wir eventuell sogar das Fahrrad nicht aber so sind wir voll auf grün ja komm dann lass uns das machen wir müssen irgendwo anfangen okay dann weisen wir das zu da sind wir dabei jetzt würde ich gerade noch mal bei der Spendensammlung gucken und ihn dahin tun Vorbereitung ist gut und die Gefahr ist relativ gering wenn wir noch Informationen mit beitun wird beides grün ich weiß nicht ob wir das dann verlieren hilft wenn wir so Geld können wir ihm nicht geben ich weiß jetzt nicht ob das einmal Use ist oder ob wir das wieder bekommen aber ich würde es tatsächlich mit dem mit den Informationen machen dann sind beide grün und wir haben zwei Sachen am laufen stimmt zum Geld sammeln muss man kein Geld mitnehmen danke Horst ja so würde ich es machen so kriegen wir wahrscheinlich mit dem hier hoffentlich ein viertes Mitglied was wir einsetzen können und hier rüber Geld das ist doch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung würde ich sagen wenn wir beides machen ja dann los okay und jetzt wahrscheinlich Planung achso ja Planung beenden die Planung beenden mit der Ausführung beginnen ja Wochenergebnis 5 Menschen unterstützen uns weiterhin Unterstützer sind das Rückgrat des Widerstandes sie geben uns Zugang zu Informationen Geld und praktischer Hilfe unsere Unterstützer spenden 2 Mark Geld bewegt die Welt bezahlen bestechen reisen alles kostet Geld Oskar Jensen besucht die treuen Unterstützer unter den Arbeitern in Kreuzberg um zusätzliche Spenden zu sammeln er ist erfolgreich die Menschen sind schockiert von den jüngsten Gräueltaten des Regimes und sind bereit der Gruppe zu helfen 27 Mark super und Hans Esser spricht mit engagierten Unterstützern um herauszufinden ob sie sich unserer Gruppe anschließen wollen er wählt drei aus von denen er glaubt dass sie zur Kernmitglieder der Gruppe werden können jetzt ist es an uns einen von den dreien auszuwählen Oh The Real Panse Herzlichen Dank für danke 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 und du bist jetzt in den erlesenen kreis der abonumenten Menschen die ein Abo abgeschlossen haben aufgenommen deswegen schreibt mir auch gerne entweder in den Chat oder irgendwie auf den Discord Server schreibt gerne wenn du eine Idee oder einen Vorschlag für ein Ereignis oder ein Dilemma in Democracy vor hast ich will mit Modden anfangen und alle Leute die ein Abo abgeschlossen haben bei denen von denen Vorschläge holen ich gebe dann auch Rückmeldung und ihr werdet auch in irgendeiner Form da drin erwähnt also ja und der Widerstand braucht sowieso mehr Unterstützer danke schön das ist sehr sehr nett von dir okay jetzt ist es an uns einen von den dreien auszuwählen also wir haben drei mögliche Kandidat innen okay Gerhard Leopold ist Concierge Angestellter Sozialdemokrat haben wir auch noch nicht wir haben weder einen Angestellten noch einen Sozialdemokrat Schauspielerin oh was ist Schauspielerin ist Akademiker nehme ich an oder die Symbole kenne ich noch nicht hundertprozentig Fahrstuhlführer moderner Liberaler und Offizier national konservativer also einen Angestellten haben wir noch nicht und wir haben auch keinen Sozialdemokraten hier haben wir auch einen Concierge und Anarchist haben wir auch noch nicht sehr viel allgemein was ich glaube einer von denen war doch Anarchist oder habe ich mich da getäuscht moderner Liberaler national konservativer national konservativer habe ich mich getäuscht Entschuldigung ich muss mal Discord ausschalten so Beamten also Rechtsanwältin national konservative ist natürlich Rechtsanwältin ist natürlich auch interessant aber wir haben wir hatten dann drei rechts national konservative ich könnte mir gut vorstellen einen von den einfach den Concierges zu nehmen weil die einfach immer gut informiert sind also die fallen nicht auf die sind da haben wahrscheinlich ihre Augen und Ohren überall auch wenn ich die Rechtsanwältin auch gut finden würde aber für jetzt würde ich einen Concierge besser finden wie siehst du das ja sehe ich ähnlich und ich bin noch nicht ganz sicher welchen ich lieber hätte ich tendiere ein bisschen zu dem Sozialdemokraten zu Gerhard Leopold weil er drei Propaganda und drei Empathie hat was super ist für Geld sammeln und und so weiter und so fort wie wir eben schon gesehen haben also keine Ahnung wir haben jemanden mit hohem Allgemeinwissen das hat er auch drei da haben wir schon jemanden ich weiß nicht wie wie viel das eine Rolle spielt aber halt drei bei Propaganda und Empathie fände ich ganz cool jetzt so aus dem Bauch heraus tatsächlich auch ja okay dann nehmen wir Gerhard Leopold und ganz kurz du hast dich gerade entschuldigt weil du auf uns im Discord Server gehüpft bist und das bei mir gerade ein Geräusch verursacht hat wenn ja ach meine Schuld nicht nicht deine kein Grund zur Entschuldigung ich jetzt ausmachen können schön dass du da bist davon mal ganz abgesehen ja ah Schuld heißt ist übrigens die Brauereifamilie aus Lichtenberg äh stimmt Horstie richtig okay ich stell jetzt auch erst fest dass Julius und Gesine ja beide Schuld heiß heißen oh ja Julius Schuld heiß und Gesine Schuld heiß hm ändert das was an unserer Entscheidung äh nee gar nicht mir ist es nur gerade eben erst aufgefallen und nee inhaltlich nicht ne okay dann nehmen wir den Sozialdemokraten und ja Alexanderplatz ich fahre mit dem Fahrrad nach Hause es ist schon dunkel die Straßen sind leer und ein eiskalter Wind dringt durch meinen Schal ich vergrabe mein Gesicht tiefer in meinen Schal ich trete härter in die Pedale also ich ich ganz persönlich würde eher mein Gesicht wahrscheinlich tiefer in den Schal graben hm ich weiß nicht ich würde härter in die Pedale treten tatsächlich aber äh ja komm dann lass uns härter in die Pedale treten dann wird es warm okay ich trete härter in die Pedale und fahre auf den Alexanderplatz in der Ferne steht eine Gruppe von Männern die jemanden bedrängen und anschreien in Richtung Gruppe fahren um die Gruppe herumradeln also von meiner von meiner Warte aus äh hätte ich jetzt gesagt um Gottes Willen wir haben gerade angefangen im Geheimen zu operieren noch noch tun wir quasi nichts außer uns zu entscheiden ob wir genauer hingucken oder nicht und das stimmt aus dem Grund würde ich in Richtung der Gruppe fahren ich vermute die Frage nach dem schreiten wir ein oder nicht wird sich noch stellen okay drei Männer die die braunen Hemden und die Hakenkreuzarm Binnen der SA tragen haben einen alten Mann umstellt vom Fahrrad steigen und näher herangehen umdrehen und nach Hause fahren mein moralischer Kompass sagt vom Fahrrad steigen und näher herangehen aber dann sind wir bei dem was du gerade gesagt hast oh mein Gott wir haben gerade eine geheime Gruppe gegründet die nicht auffallen darf ich wusste warum ich ein bisschen aufgeregt war dieses Spiel zu spielen ich hätte jetzt aber gesagt ja aber ich will noch mal hören was da los ist ja wir wollen Menschen helfen das ist richtig Horstie also vom Fahrrad steigen und näher herangehen ja Drecksjude schreit einer er tritt vor und stößt den alten Mann so fest dass er zu Boden fällt auf die Gruppe zu allen vorsichtig der Gruppe nähern umdrehen und nach Hause fahren tja da sind wir wieder bei dem was Horstie gerade gesagt hat wollten wir nicht Menschen helfen insofern bleiben für mich gerade nur eins oder zwei wenn er auf die Gruppe zu eilen könnte das den Vorteil haben dass die dann erstmal abgelenkt sind und mit uns beschäftigt und vielleicht der ältere Mann weggehen kann wir sind beim Fahrrad da das heißt wir können auch schnell wieder abhauen insofern wäre ich für auf die Gruppe zu eilen dem würde ich folgen so reflektierte Entscheidungen so reflektierte Entscheidungen trifft man natürlich in Situationen nicht der alte Mann verliert seinen Hut und ich sehe dass er darunter eine Kippa trägt richtig so Rudolf zeig's ihm johlt einer der anderen einmischen aus sicherer Entfernung beobachten umdrehen und nach Hause fahren einmischen ja hey schreie ich was ist hier los lass ihn in Ruhe die Gruppe lässt von ihrem Opfer ab und kommt auf mich zu was willst du fragt Rudolf kümmere dich um deinen eigenen Dreck verpiss dich die Braunhemden angreifen die Schläger beruhigen die Schläger bedrohen abhauen was sagt dein Bauch? immerhin haben sie abgelassen jetzt also die bedrohen und angreifen die sind zu dritt wir sind da alleine insofern abhauen ist keine Optionen die Schläger beruhigen ja hätte ich auch gesagt kommt schon kein Grund sich so aufzuregen habt ihr nicht Grund zu feiern? was soll das hier? während ich mit der Gruppe rede steht der alte Mann vorsichtig auf und schleicht davon so weiterreden oder schweigen ich glaube ich wird schweigen der Mann ist davon gekommen das war ja quasi auch die Idee wenn wir da hingehen wenn sie von ihm ablassen dass er dann vielleicht die Möglichkeit hat zu gehen das ist Gott sei Dank eingetreten insofern würde ich sagen lasse uns nicht näher mit denen reden weil das möglicherweise nur bedeuten könnte dass die irgendwie mehr wissen wollen und uns dann angehen und wir ja trotzdem noch unsere Gruppe schützen müssen insofern bin ich für schweigen alles klar finde ich auch gut ich beobachte still wie der alte Mann entkommt der Schläger den sie Rudolf nennen kommt auf mich zu beide Hände in die Hüfte gestemmt du sagt er hau ab sonst wirst du es ernsthaft bereuen es ist eine neue Zeit angebrochen ihr könnt uns nicht länger unterdrücken ja dem jetzt zu widersprechen bringt sowieso nichts die sind gerade schon so ein bisschen im Schlag und Blutrausch insofern ja 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 bla wir haben Menschen geholfen und mit Rudolf widersprechen erreichen wir hier nichts mehr und dass es eine neue Zeit ist sehen wir selber ja genau deswegen sind wir in diesem Widerstand also stimmen wir zu warum freut ihr euch nicht einfach dass jetzt euer Führer an der Macht ist sage ich währenddessen beobachte ich wie der alte Mann sich zügig von uns entfernt Rudolf sagt der dritte SA-Schläger der bisher geschwiegen hatte ich glaube der Jude ist weg dumm spielen oder zum Fahrrad laufen da würde ich glaube ich dumm spielen einfach um sie noch so ein bisschen abzulenken weil wenn wir jetzt aufs Fahrrad steigen haben sie ja noch ein bisschen Zeit aber so sind sie irgendwie noch in der Interaktion mit uns ja und da sind wir bei dem was jetzt plötzlich zum Fahrrad zu laufen wir sind ja nur hingegangen und haben ey was soll denn das also ja ne also ja finde ich auch ähm was meinst du damit frage ich die Schläger realisieren nun dass ihr Opfer tatsächlich davongekommen ist zum Fahrrad laufen zum Fahrrad schleichen aus der gleichen Argumentation heraus würde ich glaube ich zum Fahrrad schleichen oder ich weiß nicht okay also wenn wir jetzt laufen also ich weiß gerade nicht ob mit diesem zum Fahrrad laufen quasi das Rennen gemeint ist oder wir laufen ganz mehr oder weniger angespannt entspannt zu unserem Fahrrad in einer ruhigen Geschwindigkeit ich weiß gerade nicht was mit dem Laufen gemeint ist ja ich glaube nicht dass das in einer ruhigen Geschwindigkeit ist ich hätte jetzt gesagt auch zum Fahrrad schleichen ja ja halt schreit Rudolf halt dafür wirst du büßen still verschwinden ja Braunhemmen laut auslachen und die Braunhemmen beleidigen völlig kontraproduktiv glaube ich ja also stillschwimmen ohne ein Wort wende ich mein wende ich mein Fahrrad und trete so schnell ich kann in die Pedale erst als ich ihre wütenden Stimmen nicht mehr hören kann werde ich langsamer muss ich mich an solche Szenen gewöhnen an so etwas werde ich mich nie gewöhnen an so etwas werde ich mich nie gewöhnen ja bei mir auch an so etwas werde ich mich nie gewöhnen Ende der Szene wöchentlicher Verlust Moral Minus 10 wöchentlicher Verlust Minus 10 ach wir verlieren wöchentlich 10 Moral wir haben Aktionen gemacht für plus 6 und Ereignisse plus 5 insgesamt plus 1 uh Unterstützer wöchentlicher Verlust 0 Aktionen 0 Ereignisse 0 ok